Herr Präsident, bevor meine Zeit beginnt, möchte ich Sie mal fragen, ob dieses Gebäude keine Klimaanlage hat, weil hier ist ja sehr warm. So, mein Name ist Salih Tastirek, ich komme aus Deutschland, ich habe ein mittelständisches Unternehmen und ich bin auch in Deutschland IHK-Vizepräsident in der Nähe von Frankfurt. Wenn wir Jugendarbeitslosigkeit haben und wenn Unternehmen Fachkräfte nicht finden, dann stimmt was ja nicht. Das heißt, wir haben auf einer Seite Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit und auf der anderen Seite fehlen Fachkräfte. Und Europa lebt von Technologieverkaufen, Technologieexport und das können wir nur erreichen, wenn wir speziell ausgebildete Fachkräfte haben. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für diese Wertegemeinschaft, für diese starke Gemeinschaft wie Europa. Deswegen muss die EU alles tun, das in Zukunft sehr, sehr viele Fachkräfte ausbildet. Dankeschön.